Der letzte Amerikaner, wenn ich mich richtig erinnern kann, der, weil ich auf dich eigentlich gebronnen hat, kannst du dich erinnern? Achteratzmann, das ist Holland. Mein Großer, der Herr Klaren, der ist schon oben, richtig, ja? So, das war jetzt ein etwas kürzerer Sprung, in der ersten Nürnberg, nur mit dem Ausgang aus Kasachstan, mit 25 Metern, 95 Minuten. Wir haben ja alle nicht viel Fleisch auf den Knochen, die Skispringer zum Abpolstern. Das war blöd, blöd gewesen. Also im Grunde, Stefan kann entgegen passieren, die eigentlich überhaupt nicht passieren.